Willkommen zurück bei Battlefield 3 Multiplayer mit dem Hüpfer genau wir haben jetzt eine neue Karte mal ausgesucht für euch ich werde mal hier gleich mit Dieseljet ach die Karte ja die ist auch nicht schlecht wenn der vor mir mal fahren würde du bist zu eng in welchem Team bist du ich muss warten bis der vor mir hier mal gestartet ist also ich starte hier vom Flugzeugträger denn ihr müsst im anderen Team kannst du irgendwie versuchen mal rüber zu kommen ja warte mal ich werde erstmal mit dem Flugzeug bis ich abgeknallt werde glaube ich warte mal ich bin glaube ich Russen ich bin dann Armee ich glaube die Amis die Staaten nur offen ja doch ich bin dann hier bei der Russen so euch Russen habe ich jetzt mal eingeheizt ja jetzt drehen wir hier mal ein paar schöne Runden und stürzt ab so nein noch nicht oh mich haben sie amarkiert und lass das mal hier ne das ab ziehen hier mal noch eine Kurve Jups so und jetzt oh ne ich wollte eigentlich wissen ich wollte eigentlich hochziehen anstatt hochziehen mache ich runter und knall gegen Felsen dann kommen sie mal in mein Team hier ja ja jetzt wechsle ich mal schnell das Team weil ja dann haben sie mich hier auch noch zum Chef erwählt das mag ich nur gar nicht und schon gar nicht im Alpha Team ähm Scout verlassen könnt ihr euch einen anderen Doofen suchen ja äh äh ich hab doch jetzt Scout verlassen ne hat er mich einfach jetzt in meinen neuen Scout reingepackt ah Mist da hat mir gerade einer hier ne Rückentüte eben ist ja echt nett ne Scout verlassen ey wir haben das schon so ewig nicht gezockt da sieht ich mit den Maps schon manchmal echt überfordert bin so bist du ein Scout drinnen mal gucken äh ja äh bei Charlie ne Delta ne Echo ja bei Echo bist du drin da komme ich auch mal rein und beitreten so jetzt sind wir so schnell geht das und erst mal auf der anderen Seite ähm ja haben wir ja viel zu einnehmen wie ich das so sehe hier bist du in der Luft ja und was fliegst du mit dem Fallschirm ach so da oben fliegt er seht er ich versuch gerade ich bin gerade auf dem Dach gelandet ok ich bin nicht in der Nähe vor aber was ist denn hier eh ok so wie über mir jetzt habe ich gerade schon das Gefühl gehabt sind diese Bekloppten etwa von der E-Map hier jetzt auch oder was wie sollte wieder Einer überfahren ne von oben schon wieder hier irgendwie obwohl ich noch in meinem in meinem Gebiet war ach da bist du ja Dönjel ja aha mal los komm komm mit wir sind Einer der nicht ganz so plan planlos zum Rennen dann wollen wir mal ich glaube da kommt ein Panzer ja jippie 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 ja können wir mit dem spielen der hat sich nämlich da versteckt ja ich hole auch schon mal mein dickes Rohr raus sagen sie alle hehehe meine Anaconda ja da kriegen wir den Visier ah da ist er ja ja klar da gerade hatte ich kurz da kommt es hätte ich noch mal und eine ja ja ganz zurück was fahren wie du willst hehehe jetzt weich da nach vorne aus jetzt schlässig mit mir ran ich bleibe mal weiter hinten wo ist er na hier bei mir Beule ich seh den gar nicht mehr ja ne der ist aus der ist in der Luft geflogen ja da hab ich da die Punkte hab ich gar nicht mitgekriegt ich bin jetzt ins Gebäude hier hoch oh da oben ist Einer siehst du da im Gebäude? ne da oben bei dem bei dem Fugturm da war grad na ich bin jetzt aber im Gebäude drin hier ok blick auf dem Dach was sagen sie nicht so was hier eins ist hier äh ist verloren Aua ha fang gerade erst an und hier bist du oh shit hier hat mich einer gekriegt der hat mich der hat mir grad ne Rückentüte gegeben da bist du der hat mir grad abgeknallt versuch der ist da oben ja ja wieso hat denn diese Waffe schon wieder vor jetzt Einzelschuss Einer versteckt sich da von uns da werd ich mal zur Hilfe kommen weil er wird bedroht so wo sind sie denn die Bösen ach klar von rechts ne von rechts ist grad jetzt Storben ja na jo kannst ja bei mir droppen kaum der Rede wert so so jetzt hab ich aber hier jetzt also noch so ein Ding Augenring hier sag ich euch da da war ein Feind oh oh shit alter Schwede ich bin voll in eine Mine getrifftet ah Mist aber das wär eh nicht mit Jan bei KB da sind lauter kleine Punkte gewesen mal gucken was die hier anzubieten haben ähm nischt außer Jeeps naja gut besser wie gar nix Mann ist das herrlich jetzt bin ich halt mir in eine Basis trocken lassen und hier ist nicht ein lumpiert Fahrzeug ja ich hab auch schon ein Jeep nehmen müssen nein noch nicht mal bitte ne bist du in der Basis noch? ja ja komm ich mal eben schnell zurück achso weil der sich hier ein Jeep geklaut hat kommst du? kommst du? ja ich denke du kommst her ja bist ich hier hin? hä wo bist du denn? in dein Berg? ja in der Basis aber die ist doch hier unten sag mal wo hab ich mich denn jetzt gerade gedroppt? ja bei mir zeigte an du wärst hier äh hinterm Berg du bist genau da bin ich ja auch ja weil äh ja jetzt bestehe ich hier am Rand warte ich komm da hin spring mal hier rüber hier ist doch unsere Basis weiter geht die doch gar nicht doch ich war irgendwo da oben gerade hui ja da ist aber nicht mehr unsere Basis jetzt bin ich im Wasser komm ich jetzt hier überhaupt an Land ja auch ich muss mal kurz ein kleines Stück schwimmen ich frage mich gerade wo ich gerade gewesen bin ja ja auf dem Weg nach China oder was? ja oh ist Feuer nee lass mal ich bin schon bedient komm wir fahren die denn übern Haufen hier mal sehen ob es geht hui geht der doch ja ist der Sturm ja denk ich ja wird das nächste Mal besser aufpassen ja 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 was suchen die ja alle hier wir müssen da war gut wa? ja aha das war ein Brems-Gas-Manöver das war ein Brems-Gas-Manöver das war nicht gesehen weiter aber naja wie ich um die Kurve geschlüsselt bin oh da ist ein Panzer ja du fährst ihn auch hin wo er ist ne will ich eigentlich nicht oder ist er vielleicht doch wo willst du denn jetzt hin? na warte ich bieg da vorne ab ich fahr nicht direkt für die Panzer dahin vielleicht ja da steig ich hier schon aus zu D oh und da ist ne Mine so komm hier ins Haus was willst du da? an die Treppe ach bis da drüben und am Haus ach mich haben sie abgeknallt pass auf da wird gleich einer rüberkommen ja du bekommst Besuch einer mit nem nein von zwei Leuten bekommst du Besuch schaff ich mich noch bei dir zu trotten schnell ich warte hier ja machen wir ein Stückchen Platz also noch kommt keiner und ich kann ja halt bei Blendlicht an also ah da hinten rennt einer ein Schleicher aber wir haben es übernommen ist ja schon mal was wo war der jetzt da hinten? lass mal auf die Treppe auf und ich geh mal auf Dach oh 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 ah ja oh 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 jetzt wollen sie mir aber oh jetzt haben sie mir weggesprengt auf Dach ohhh der kam aber hier rum geschossen halt mir echt erschrocken ey ich zieh da gerade hinten auf eine äh kleine Fenster da Und der kommt sowas von, springt, ist mir fast ins Gesicht gesprungen, ey. Mich haben sie gerade richtig schön erschrocken da drin. Äh, macht nichts. Äh, äh, Schwein. Abholen, los. Ach, wir haben einen Panzer. Das ist ja auch schön. Das ist nett, meine Auffächsung. Das war ein Russenpanzer. Aber ich glaube, wir werden die Welt kommen mit dem Ding, wahr? Ja, hab ich gesagt. Das war natürlich, äh... Jungen, 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 jungen. Ups, ich wollte mal einparken. Ja. Ey, der ist ja... Ja, ein Jeep an uns ist ja durch uns durchgefahren. Ah, da oben ist Ena. Die Sau. Oh, wir haben... Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ah. Oh, oh, wir verrecken. Fängt lieber aus. Ich rette dich. Ich repariere dich. Du wirst nicht sterben. Ich bin hartnäckig. So. So, mach nochmal ein Stückchen noch, so. So, jetzt können wir weiterfahren. Ja, und da kommt schon der Panzer. Ah, hab ich ihn? Ja. Ja. Erste. Mann, das ist ja mal ein Wunder, wa? Echt. Immer blöd, die Kanone hier oben drauf. Äh, die dann immer nachläden, das zu lange dauert. Ohr, Straubach. Ohr, Straubach. Ohr, Straubach. Ohr, Kontin draufmachen. Ohr, das ist ja... Wir sind ja, Andi Schoss mit Gertmann ein Stückchen zurücksetzen, mal. Ah! Ohr, hat er wieder an die Bastel. Ja, also, wo ist das so scheiße? Ich würde sich grillen, du sagst auch, kommier. Hey, das ist voll. Ah, jetzt bin ich auch tot. Einer für alle, alle für einen. Ja, wir sind ja auch genau in so ein Lager, wenn ihr rutscht. Ach, ich hab ein Fahrzeug gefunden. Ähm, ja, gut. Ey, ich hab rausgefunden, wo die Hupe ist. Ja, wo denn? Maustaste, wusste ich vorher ja nicht. Eine Maustaste? Ja. Linke Maustaste, ist das nicht lustig. Ich glaub beim, ähm... Mein Inspector. Erwiss ich jetzt nicht, hab ich auch noch nicht rausgefunden. Wir sind total leise unterwegs. Dööööööööö. Aufhören mit Krieg. Frieden, es ist Frieden. Genau. auch machen wir mal hier Frischweiler wenn wir in den NDR so oft so und wenn das Ding die Falle bei Waffe durch als jetzt sei jeder Schöne die Inspektion macht doch mal Platz hier Kriegs die Silvestre jetzt stellen wir aus hier war alle inzwischen in Zielen er hat mir auch mit Führer hat die nur jetzt sicherlich die Schale doch mit mit Zächter die Sonne an außer er hat ihn da hinten bekommen die haben ganz schön viele ich hab ihn, ich hab ihn die Drecksau oh, der hat auf mich gesnipert gerade oh, ich hab's gehört, das ist so ein bisschen an meinem Ohr vorbei gezischt oh, schon wieder da ist er, da ist er weg hast du hier sehen, die Knipse, wo waren? ja, hier so das war so oh, ist das ein Feindpanzer? ne wo hast du Glück gehabt ah, ich seh' da hinten, da hinten ist einer jetzt hat er schon wieder ah, da kommt ein Feind! ah, der war super sofort, jetzt kriegen wir Besuch von der hinteren Seite oh ja, ich hab's gemerkt ich hab ihn gekriegt! naja, und wenn er dich jetzt... ich war schon getroppt, dann... ja, ja aber ich hab ihn neu gekriegt darauf hab ich hier... ey, da kommt der Nächste versuch das... oh, was ja, gut, er versteckt sich da wo bist du denn jetzt, Tinker? wo bist du denn jetzt, Tinker? so... hab ja auch meine Standardwaffe gerade bei... bist du jetzt bei ihm da hinten, oder was? oh... mhm... na, da hinten ist eh da der ist da hinten am Stein versteckt oder jetzt auch nicht mehr ach, hier war wieder der Hubschrauber, den ich hätte hier anvisieren können der brennt schon... ach, der ist im Arsch der stützt eh ab oh, ich dachte schon... warte mal, ich komm mit Mädels enter nicht vor ohne dat 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 big boss oh, oh oh, scheiße, ich bin gefallen, aber ehrlich ich nicht na gut, er hat ja auch ne viel dickere Wumme aber, ähm... das lasse ich nicht auf mir sitzen du schwein, du vor dem Arsch geschossen oh, jetzt kann man von der anderen Seite... ich hab mal mal gekriegt, ich hab für dich getötet kann ich bei mir trocken ich werde mal, werde mal stellen ein Stück zurück mich verstecken bist schon da? bist schon da? weil ihr kriegt gleich bis jetzt gut ich muss sagen, mit nem SCAR Komik hier wäre besser klar bist du mit dem SCAR... bist du Pionier? ja oh, 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 er hätte mich beinahe getötet wo ist er? ach... haste aber Lüge gehabt er ist immer noch und da ist noch in der ach da ist er weg jetzt kommen wir weiter oh müsste aber ein feind hat mir eine rückentüte oh mir eine seitentüte und vor mir war wenn vor mir er war wisst du der hat mir so animiert die jetzt abzuknallen ich werde mal das scheiß licht rausnehmen wegen ja wegen sie sehen mich und so zu auffällig wo bist du jetzt warte mal ich muss das licht hier rausnehmen kannst ja bei mir droppen ich nehme einen laser pointer nee ist auch Mist auch Mist gar nichts da reinnehmen das verrät uns nur jetzt können wir versuchen noch mal uns vorzuarbeiten was so auf dem Weg zu eh weil sie versuchen gerade eh zu übernehmen und ich habe einen feind überfahren nein er hat mich getroffen schade doch ich habe mich überfahren und bin gestorben ja klima ach wie schön es ist zu sterben jawohl Boah ist er hier gar nicht durchgesehen ey ein Raketenhagel ey du hast gerade richtig Schweineab, der hätte beinahe nur eine Rückentüte verpasst vom Feind der da vor mir rumgesprungen ist der war hinter der Mauer ja den wollte ich eigentlich messern die Waffe ist scheiße die Waffe ist scheiße weil die so wenig Schuss hat ne das PP 2000 ach so ich wollte gerade sagen was meinst du jetzt gar das Gas gell mal gucken was habe ich denn noch hier die UMP 45 die habe ich noch gar nicht benutzt mhm mhm ah die finde ich nicht besonders das PDWR sie könnte ja eigentlich mal mein das sieht ja auch nicht schlecht aus P90 P7 AS Wall AKS ne das würde ich auch nicht das SCAR das hatte ich auch schon lange nicht mehr stimmt Laserpreinter raus ja die waren Schalldämpfer so 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 Frontgriff hier unten habe ich nicht ne ja versuchen wir es mal damit und wann mit was für Trottel feiert denn hier so Jungs jetzt geht's euch einen Kragen Dünn hier warte mal da wo du bist ich war gerade hier voll mit dem Trottel unterwegs welche Waffe hast du genommen SCAR mit Schalldämpfer und Frontgriff naja nein Kappel Kappel sonst immer der Sky noch mit Laufverlängerung und so was und Punktvisier ne das ist ein kack visier du meinst ja das war so ein bisschen ne wird nur einen roten Punkt in der Mittag ach so detailliert ja du bist du denn das ist gut wo bist du ja sag mal ja na ich hab jetzt die MP7 hier nochmal vor allem hat die Wiese 21 Schuss pro Ladung die Anna hatte bloß 14 oder so muss sie ja andauernd nachladen ja stimmt schon so jetzt mal versuchen uns wieder bei A durchzuschlagen also versuchen ja und mich hätte gerade beinahe wieder einer überfahren ja die haben mir auch vorbeigezischt irgendwie sind wir alle ganz schön blöde weil wir immer dieselbe Strecke nehmen anstatt ja ja mal ein bisschen hier am Strand lang ne mal ein bisschen Feuer legen wie Feuer legen wie Feuer legen na hier warte ach so mit deinem Bunsenbrenner genau den hab ich ja auch ach da ist wieder markiertes Ziel was wurde markiert ah müsst ihr das dann immer machen ich will auch mal einen da kommt halt mal willst du anvisieren der explodierte Scheiß haben die jetzt schon wieder A ja aber dafür wird ja gut die Jungs D wird angegriffen ja oh ne Scharfschütze bei D müssen wir ja aufpassen wir na mal sehen wen er erwischt wo ist denn der Sack bei D wir haben ja schon einen Hubschrauber ja der muss er unten die Sitz da muss er und der muss er und wofen Gebäude sein ich gehe mal nur so ja und dann springe ich vom Dach wieder mit falsch ist jetzt gehen nee der ist hier nicht mehr aber eh wird angegriffen die griffen ach ja ach jetzt übernehmen unsere das schon wieder war nee ja die Hubschrauber ballern da ja rein mal ja da wirst du mal siehst du manchmal ja nicht wo du hinschießen sollst so was wird jetzt angegriffen B so ich mach mal hier einen kleinen Schnitt bis dann